Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz recht herzlich zum nächsten Trailer. Ist wieder im Hauptfilm wirklich recht viel drin. Mitunter aber auch das hier von der World Bank. Covid-19 Strategic Preparedness and Response Programm. Und dann eben auch, wann das enden soll. Und das soll eben erst enden am 31. März 2025. Aber es geht auch über Fake-Impfungen. Auch mal wieder der ein oder andere Impftote. Ja, könnt ihr dann alles euch anhören, ansehen bei VK, bei BitChute. Die sich den Trailer bei Wake News TV aufrufen. Den entsprechenden Link kopieren ab in die Browserzeile. Ja, und dann sehen wir uns doch vielleicht gleich wieder. Tschüss.